Wisst ihr eigentlich, wie wir Zauberer so eine Münze verschwinden lassen, wenn wir mit unserer Hand so rübergehen in so einer magischen Geste und die Münze verschwindet? Ich verrate's euch. Der Winkel ist entscheidend. In eurer Kameraperspektive erkennt ihr gar nichts. Wenn wir die Kamera jetzt aber etwas umstellen und ich lasse euch aus meiner Perspektive drauf gucken, dann seht ihr in genau dem Moment, in dem ich mit meiner rechten Hand über die Münze wische, in dem Moment kommt mein Helferlein, schnappt sich die Münze, haut schnell wieder ab, ja, und dann bin ich hier clean an der Stelle. Und so lassen wir Zauberer Münzen verschwinden. Und wenn ihr wirkliche Zaubertutorials dazu haben möchtet, wie ihr wirklich Münzen verschwinden lasst, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ihr habt da einiges an Tutorials zum Thema Münzmagie, Kartenmagie und so weiter.